der bürgermeister hat gesagt uns fehlen noch zwei schlüssel der sonne und der mond schlüssel vielleicht kann dieser cooper uns weiterführen wo wir die schlüsse vielleicht finden können zur graulburg gehst du weiter kommst zur graulburg dort soll es schreckliche schneienmonster geben und dieses tor hier soll uns von den montern schützen aber wenn der bürgermeister sagt das ist eine ordnung dass du gehst dann mache ich halt für dich auf entschuldigung warte mal das ist doch dieser koops oder also ich bin koopio man sagt du gehst zur burg von nur oder also ich hab deine sozusagen eine bitte also ich wollte entschuldige bitte was ein komischer cooper was er wollte man ist nur schüchtern der arme wollten autogramm haben von mario das war klar wie klosbrühe aber gut vielleicht wenn ich wieder zurückkomme kann das noch mal fragen stellen für seiten einfach nur gegen den busch gehauen bonk 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 ich hörte euch die musik an ist doch wunderbar da kommt direkt der wunderbare nächster gegner im block drin und schön zu sehen dass sie es in diesem spiel auch nicht abgeändert haben die koopas in den mario pgs haben immer style guckt ihr euch an barriere zeigt uns was er drauf hat und noch per woche 1 gewohnt glaube ich das ist ein koopa du kennst koopas bereits aus vielen frühen abenteuern 4 kp zwar eingefahren die verteidigung der panzer ist ziemlich hart lege sie mit einem sprung mit einem powerblock flach um die verteidigung auf neu zu sinken aber ich denke mit koopas kennt sich sowieso schon genug aus ja das tue ich finde es sehr interessant dass ihre persönlichkeit anders ist als von gumbario gumbario sagt ja immer du kennst ja das alles schon aus deinen abenteuern gumbario ist ein riesiger mario fan sie kennt mario nur so vom hören deshalb sagt sie sowas gar nicht das sind so kleine details ich halt sehr interessant finde machen wir den powerhauer mal gucken ob der direkt down macht oder auch nicht nach drei schaden ok war klar alles klar ok gut ausgehalten grüne gumbi ich will sie gumbi nennen spitznamen unter freunden mario und gumbina sind ja freunde ich könnte all meinen partnern ja spitznamen mehr lustig und lustig du bist und ist auch aus irgendeinem andere marion habe ich weiß auch nicht auf welchen aber der war wahrscheinlich auch genau nicht oder wie gesagt ich habe das originale gespielt aber warte mal wer spielt denn dahinter ein busch rum ein kooper Der will Ärger. Wollen wir schon die Bühne aufbauen? Mario, achte auf den Zuschauer in der letzten Reihe. Hä? Der Schalke hat was reingeschmuggelt. Wo sind die Sponny-Garzen, wenn die man braucht? Die Security. Siehst du deinen Stein? Den würde ich eingreifen. Was zum... Wenn die Zuschauer etwas nach dir werfen, alleine zu schaden. Drücke Action Angriff, um aus dem Publikum zuvor zu kommen. Okay, Kollege, weg mit dir! Genau! Mit dem von X ganze Zuschauer rauswerfen, die etwas in der Hand halten. Aber manche Zuschauer werfen sich auch mit nützlichen Items oder Minzen zu. Die sollst du natürlich nicht rauswerfen. Okay, aber die Sponny ja trotzdem was rein. Das dürfen die eigentlich nicht, aber wir lassen uns nochmal gut durchgehen. Und Mario, zeig jetzt mal einen hammermäßigen Angriff. Greif mit deinem Hammer an. Okay, will do. Ja! Na, leider nur ein Schaden. Oh, was? Will ich das denn denn bekommen? Yeah! Die Bühne ist auf die runtergefallen. Manchmal haut deine Angriffe in die Kulissen um. Aber Vorsicht, sie könnten auch uns auf den Kopf fallen. Okay, das ist cool. Das gefällt mir. Außerdem passieren auf der Bühne noch andere verrückte Sachen. Sag auf alles gefasst, geht dein Bestes. Ich finde das cool, dass es nicht nur stylisch hier alles ist, sondern alles hier einen Sinn hat. Das gefällt mir sehr. Okay, nur der erste Angriff macht keinen Schaden. Also es ist auf jeden Fall besser geregelt hier als in dem ersten Teil, wo generell keinen Schaden gemacht hast mit deinen Partnern oder so Verteidigungsgegnern. Deshalb sehr, sehr nice. Ah ja, wenn die umgekippt sind, dann kann man denen mehr Schaden machen. Also dann gilt ihre Verteidigung nicht mehr. Und die verschwenden, glaube ich, dadurch auch eine Runde. So, genug erklärt. Juhu! Guter Job! So, und wenn noch mal einer denkt, er könnte sich reinschmuggeln und Steine nach mir werfen, ja, dann werden wir aber ein großes Problem haben. Das geht offiziell aus an alle Zuschauer! Die ganzen Hater werden es noch bereuen, Stein auf mich zu werfen! Ja, ja. Aber auch super, dass die ganzen Shy Guys, Koopa und Goomba mich alle abfeuern, obwohl die ja eigentlich Gegner von Mario sind. Also im Normalfall. Nicht alle natürlich. Wir haben ja jetzt schon mehrere freundliche Goombas und Koopas gesehen. Aber ich glaube, wir haben noch keinen einzigen freundlichen Shy Guy gesehen. Jemals, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht schon, ich kann mich aber nicht erinnern. Juhu! Sauber! So, wie die Bäume es hier sind. Oh, und der Baublock! Zwei Schaden gegen alle und haut Schadentiere um. Sehr, sehr nice. Und es ist wirklich so wie in Paper Mario 1. Chapter 1, wir sind direkt wieder in der Burg. In der Geröllburg, aber diesmal. Ist dieses Ding eine Art Stato? Du könntest ihr mal einen Schlag mit dem Hammer verpassen. Boom! Warum wollte ich das nochmal tun? Und die Musik ist ja anders. Das ist cool. Die Musik nennt sich pro Gebiet. Okay, aber dann hau mal raus. Du wolltest, dass ich hier angreife. Also, was greifen wir denn überhaupt an? Sag es mir! Blöp! Ich hoffe, ich muss nicht immer alles perfekt machen. Ich weiß nicht, ob es dann mehr Text gibt oder nicht. Ich hoffe nicht. Das ist ein Kalkirk. Kalkirks sind Steinmonster mit imposanten Gesichtern. Hm, also mein Tipps in dieser Masse jedenfalls ganz bestimmt nicht. 2 KP, 1 Angriff, 2 Verteidigung. Ziemlich harte Brocken. Feuerattacken sind wohl auch wirkungslos. Aber vielleicht helfen ja andere Items. Items, sagst du? Okay. Wir könnten den Powerbrock benutzen. Oder das Mysterium. Ich will das Mysterium ausprobieren. Was passiert da? Ich muss ja gegenspringen. Der Blitz! Lass ich ihn sofort ein. Und wie ich ihn sofort einsetze. 5 Schaden auf beide. Wow. Okay, da hätte entweder ein Trash-Item kommen können oder wie jetzt gerade ein geiles Item. Not bad. Was machen wir, die Wachen? Alles ganz gut. Die machen wir uns das Tor auf. Und Gebrüder freut sich. Sehr schön. Ein Vorpasten, der Geröllbock. Alles, was ich hier sehe, sind zwei Feiler. Eigentlich ganz hübsch, aber wahrscheinlich auch ziemlich alt. Ungefähr 1000 Jahre alt, schätze ich mal. Wow, eine echte Ruine. Ja. Hat aber was. Und es geht sofort weiter. Das ist nur so ein kleiner Übergang. Huja! Der Jump erfolgt! Erfolgt! Juhu! Juppie! Und schaut mal, er ist direkt umgekippt. Das können wir als Vorteil nutzen. Aber den anderen da hinten würde ich auch rumkippen. Und weiter rauf. So. Das ist ein bisschen nervig, dass wir noch nicht so viel Schaden machen, aber das kommt auch jetzt mit der Zeit. Zwar nicht mit einem Level ab, aber wie gesagt, das kommt alles noch. So, und ich glaube, ihr könnt jetzt gar nichts mehr gegen uns achten, oder? Hä? Was? Bingo-Zeit? Das ist einfach wie ein Stickerstar. Was wenn da? Oh, schade. Was wenn dann passiert? Welches geschafft? Achso, und deshalb wird auch immer gesagt, ich muss auf den Vordergrund achten. Weil da könnten ja auch Leute sein, die mich abwerfen. Mit Tomaten! Oder Stein! Nur Tomaten gefüllt mit Stein! Das wollen wir nicht. Boah, aber... Oh, wir kriegen auch ein Leben von denen. Auch sehr gut. Blopp, blopp. Es macht viel mehr Spaß, nie alles drauf zu hauen, alles kaputt zu hauen, als A zu drücken. Kann man sogar gar nicht mehr. Okay. Also ich muss alles kaputt hauen. Mach ich leidenschaftlich gerne. Von daher... Kein Problem. Bam! Voll ins Gesicht! Aber... Ja, und wie? Bam! Down! Luigi! Schau mir zu, Bro! Ich krieg das richtig gut hin! Juhu! Yippie! So, und noch einmal! Man kriegt echt viel XP generell. Die Kämpfe hier verlaufen so viel smoother und so viel schneller als im ersten Teil. Das gefällt mir richtig gut. Generell finde ich das Hauptgameplay sogar ein bisschen besser, würde ich sagen, als im Vorgänger. Warum spiele ich in der Luft? Cool. Darf ich generell nach oben gehen, wenn ich da drauf stehe? Warte, ich werde es gut ausprobieren. Ja, manchmal. Gerade nicht, aber vorhin hat es geklappt. Die nächste Burg. Ein Vorpaste der Geröllburg. Also, was ich hier sehe, sind zwei Pfeiler. Also, dieses Gebäude für Archäologen interessant. Also, also für Leute, für mich. Mhm. Betten, dass hier ein tüchtiger Hammerschlag dieselbe Wirkung hat wie bei den anderen Dingern? Aber das ist nur eine Sonne, die... Was mit deinem Hammer anstellt, ist natürlich deine Sache. Okay. Ja, komm, haben wir mal drauf. Blub! Die sind ja sehr lustig aus, die Typen. Und die wollen natürlich auch kämpfen. Was haben die denn da? Erklär es mir bitte, Gumbrina. Gumbrina. Gumbraria. Blub! Das ist ein Dornath. Ein Steinmonster mit Dorn. Also, wirklich Dornath. 2 KP ein Angriff, 4 Verteidigung. Feuerattacken wirken gar nicht. Angriffe mit dem Hammer sind nicht allzu klug. Diese Biester können sich wehren. Hammer und springen auf ein Haus. Bleiben also nur Items. Wirklich fiese Typen. 4 Verteidigung. Ich kann nur mit Items angreifen. Ich meine, okay, 2 Powerblöcke würden... Nee, 1 Powerblöcke würde so reichen. Oder eine Feuerblume. Na, wisst ihr was? Machen wir den Powerblock. Durch den Time? Oder ist er automatisch? Automatisch. Boah! Die XP lässt sich sehen, du. 14 für die Noobies da. Let's da go! Ich frag mich, ob das Spiel am Ende ein Hard Mode bekommt. Vermutlich nicht, aber wäre cool. Aber na gut. Gehen wir weiter. Doch, jetzt ist das Spiel absolut gar kein Problem. Ich hatte noch kein einziges Problem in diesem Game. Und ich glaube noch nicht mal, dass ich Probleme bekommen hätte, wenn ich den ersten Tentig gespielt hätte. Ich glaube, dann hätte ich trotzdem kein Problem gehabt, weil das Spiel ist wirklich super simpel bisher. Und auch relativ einfach. Ich will sagen, ich lass mich treffen, aber ich meine das so. Ich meine das so. Ja, wir haben halt nur den... Wie heißt das? Sternenfit. Hierfür ist es noch nicht so viel. Leider. Ich will den hinteren angreifen. Und da kann ich das nur mit dem Power Hower. Gar nicht. Na gut. Da war wir machen. Machen wir halt den... Nochmal! Nochmal! Ah! Ich hätte vielleicht drauf springen sollen. Naja, macht nichts. Hilfe! Okay, folgendermaßen. Gombrina besiegt ihn. Übrigens, ich habe in einer Folge gesagt, Gumbella. So heißt sie auf Englisch. Oh Gott. Ah, knapp! Komm, das kann man doch in Stern zählen. Ach komm, schon spiel. Na gut. Also ja, Gumbella ist theoretisch auch richtig. Das hat ja englischer Name. Ding, da. So. Wunderbar. Wunderbärchen. Eine Feuerblume. Jetzt habe ich schon so viele von denen. Ich komme zum Spiel für unbedingt, dass wir die benutzen. Was haben wir hier? Einen Hotelgutschein für eine Übernachtung im Toad House. Was ist eine kostenlose Übernachtung? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Komm her! Bam! Ich weiß nicht wieso. Im ersten Teil bin ich immer den Gitten Ausgewicht. Manchmal habe ich mir gedacht, das lohnt sich nicht. Aber hier denke ich mir. Komm, das geht so schnell vorbei. Kurz die XP abklatschen. Abstauben. Was auch mal. Easy. Bam! Das ist einfach irgendwie anders geworden alles. Aber besser geworden. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass die Musik so durch die Speaker da abgespielt werden, links und rechts. Und ich habe mich gerade gewundert. Hat der? Paragomba gerade Gumbaria? Äh, Gumbaria. Mann! Gumbria! Verdammt! Gumbria angegriffen. Weil das konnte ich ja gar nicht wirklich erkennen. dass er sie angreift und nicht Mario, oder? Also bestimmt hätte ich das erkennen können, aber ich wusste jetzt gerade nicht wie. Das stand da direkt neben Mario. Okay, muss ich nächstes Mal mehr drauf achten. Apropos achten. Achtet mal drauf. Oh, Nordenfeuerblume, Alter. Achtet mal hier drauf. Fünf Münzen, um geheilt zu werden. Wisst ihr was? Eigentlich brauche ich das gar nicht. Mir geht es doch ganz gut. Ich behalte mein Geld. Andererseits, fünf Münzen sind fünf Münzen. Nee, komm, ich behalte's. Jaho! Und was bist du jetzt im Verein Kautz? Das ist die Gerellburg. Ach, wir sind schon da? Ja, und da vorne ist eine seltsame Statue. Eigentlich mehr ein Steinblock. Ich habe übrigens schon mal etwas über diese Burg gelesen. Früher sind die Dorfe wohl daher geflohen, wenn Monster das Dorf angriffen. Diese noch so unbedeutende Ruine ist eben voller Geschichten. Okay. Sieht aber cool aus. Hat richtig nices Design. Oh, er lebt sogar. Der Sound. Wie schön, wieder Besucher an diesen Mauern zu sehen. So, und ich komme nicht drauf klar. Du bist bestimmt auf der Suche nach dem Sonnenschlüssel und dem Monschlüssel. Nun, wenn das so ist, musst du gegen mich zum Kampf übertreten. Solltest du gewinnen, so gebe ich den Weg zu den beiden Schlüsseln frei. Sollst du aber verlieren, so erwartet dich ein grausames Schicksal. Ein wahrhaft extrem grausames Schicksal. Nun, nimmst du die Ausführung an? Aber klarer doch. So sei es denn. Es gibt keine kommende für dich. Okay, Bosskampf. Gegen den Steinblog. Ist das ein interessanter Bosskampf? Bist du Quizmo oder was? Es ist soweit. Zeig schon das große Geröllburg-Quiz. Okay. Du siehst, wenn du auf fünf der folgenden Fragen richtig antworten kannst. Wenn du aber drei Fehler machst, bist du ganz und gar raus. Ich komme zur Frage 1. Welchen Schatzberg die Mauern der Geröllburg? Rijis Unterwäsche. Nein, den Sonnenschlüssel. Sonnenschlüssel. Bist du sicher? Yay. Das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage. Aber jetzt ist es schwierig. Es geht weiter. Und dann ist Frage 2. Wie viel kosten ein Pils und eine Feuerblume im Laden vom Blütenwalder zusammen? 5 plus 5 sind 10? Sind es 5 plus 5? Weiß es nicht. Ich sage mal ja. Nein. Kosten mehr. Deine Antwort war falsch, du näher. Drei falsche Antworten und es geschieht, was schrecklich ist. Auf der nächsten Frage. Frage 3. Ich bin der Bürgermeister von Blütenwalder. Kupfried, Gercoub, Kupulas, Kuperich. Kupfried, Gercoub, Kupulas, Kuperich. Ich würde sagen, Kuperich oder Kupfried. Ich glaube, Kuperich könnte ich mich im ersten Teil vorstellen. Ich glaube, Kupfried. Ich sage einfach mal ja. Wahrscheinlich ist es falsch, oder? Ah, Mist. Du, Thor, deine Antwort war falsch. Noch ein Fehler und dein Schicksal ist gesiegelt. Ein letzter Fehler. Auf der nächsten Frage. Und jetzt kommt Frage 4. Ganz einfach. Wo ist das denn? Lohrgertzburg. Lohrgertzburg, sagst du, ja? Mhm. Muss das so sein. Ding dong. Äh, äh, das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage. Aber jetzt letzte Frage. Okay, Frage 5. Wie kommt man von Rolingen ins Feuertal? Äh, durch eine Röhre. Äh, mit einem Kart. Wir sind da hingefahren, Mario Kart Style. Nee, natürlich sind wir durch eine Röhre getravelt. Papier hat sich gefaltet, alles. Ich kann mich noch dran erinnern, als wäre es erst gestern gewesen. Aber war es erst heute. Was wollte ich? Äh, äh. Gut, das war auch wieder leicht. Weiter geht's trotzdem. Frage 6. War auch nicht letzte Frage. Ich habe mich verirrt. Äh, wem kann man in Blütenweiler begegnen? Kupas, Kumpas, Kalkirk, Fuzzis. Ja, nee, das war im ersten Teil. Äh, Kupas. Da wohnen hauptsächlich Kupas. Yay. Wow, das ist auch wieder richtig. Schon vier Fragen kurz beantwortet. Aber nämlich schon nach, die nächste Frage wird unglaublich schwer. Jetzt kommt sie, die letzte. Wie vielte Frage ist diese Frage? Ich kaufe ein E. Was? Was? Was soll das heißen? Ich kaufe ein E. Bist du sicher? Nein. Was heißt das? Ist das irgendein Junk, die ich nicht verstehe? Okay, ich. Äh, ja, sieben natürlich. Nummer sieben, na? Klar, ich kann auch zählen. Bin zwar schlecht in Mathe, aber das? Also, ich meine, ich bitte dich. Oh, er sollte ich doch doch nicht das Gehirn gefetzelt. Ich hab's nicht mal. Oh, das erklärt einiges. Okay, du hast gewonnen. Yippie. Hä? Ach so, baut wieder alles zusammen. Es ist voll cool geworden, die Puzzle-Effekte. Verdammt! Die konnte ich nur verlieren. Gute Max passieren. Danke. Will ich wissen, was passiert, wenn er nicht verkackt? Ich glaube nicht. Und das Blatt wendet sich. Wortwörtlich. Die Grönburg! Untergeschoss. Juhu, juhu! Wow! Und ich pro Gordon! Das richtige Action-Kommando trifft alle Gegner in der Reihe. Okay, kann ich das dann ausrüsten, oder? Doch, kann ich. Sehr gut. Die richtigen Action-Kommando trifft alle Gegner in der Reihe? Okay. Möchtet er nicht? Wo kann der Sonnenschlüssel und der Mondenschlüssel sein? Naja, lass es mal weitergehen. Jo. Probieren geht überstudieren, sagt man ja. Und da ist einer, seitdem wir unsere Attacke auszubilden können. Ein Fuzzy! Oder Fuzzy, je nachdem wie man will. Will ich mich angucken. Auch cool. So, aber erstmal wollen wir die Scanner, damit wir herausfinden können, wie viel Leben die haben. So. Oh, und die Schwäche haben. Was ist ein Fuzzy? Fuzzy ist denn mysteriös. Man weiß nie, was sie denken. 3 KP, ein Angriff, keine Verteidigung. Beim Angriff sagen sie sich an dir fest und absorbieren deine KP. Das echte Kommando zur Verdeidigung fühlst du aus, sobald sie sich von dir lösen. Weil die Fuzzy so schnell sind, ist das Timing eher fast haarig und erfordert Übung. Verschied der Haarig. Okay. Wie war es mit dem Multi-Jump? Auf alle drei. Ja. Juhu! 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 ich will euch nicht langweilen ich will euch unterhaltung pur bieten macht den multijump dann kann ich nämlich den vorderen schon mal killen und mit gumbrina direkt in den nächsten kill seht ihr muss nur die orden richtig benutzen nur leider kostet er zwei bp statt ein bp dass das kotzt mich ein ja aber na gut ich habe hier der monschlüssel anschauen form eines mondes da geht es weiter mit dem kampf viel von euch ok multi jump spitze so und er ist aber weg gehen ich will wieder an mario saugen ihr wollt schön sein geld haben kriegt es nicht leider habe ich den ersten aber es wird mich noch mal passieren kann ich den hammer angriff vielleicht noch was reißen ich kann nur einen angreifen ok ich kann ja den vorderen zumindest schon mal killen damit das war zu früh aber es hat gereicht das kann man aus dem nichts ok also hammer angriff ist immer risiko weil damit die umgebung mit kaputt gehen kann also wenn es geht immer sprung machen verstehe ja gut was ich wollte ich auch sagen es haben wir eigentlich immer die beste option gewesen jetzt auch wieder aber jetzt gibt es einen sinn warum man den haben wir nutzen sollte sollte ich vielleicht gleich nehmen ich überleg es mir noch ok ja gut dann links haben wir den schlüssel gehen wir noch schnell nach rechts für anderen schlüssel kann sie überhaupt atmen unter wasser ihr mund ist also kann ja gar nicht reden aber mir ist kalt ihr dürfte es kalt ist es so eng hier ist es so dunkel ja halt spannend wir sind ja gleich wieder draußen man ich will nicht noch mal kämpfen kommt dies gebe ich jetzt mal hier wird sowieso noch einer von oben runter regnen habe ich recht bei dem sonnenschlüssel stein in form der sonne ja war klar ok ich finde die hätten links wo sie es und rechts irgendwelche anderen gegner eintun können welche paragombas oder piezgumas oder so hier wollen wir das leite online habe ich die roboter so ein paar platz bp er war mal den stern fit ja ok los kann ich sparen ich kann es echt sogar sparen sollte ich aber nicht hallo 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 na alles was du mir geben kannst sehr schön sehr schön sehr schön nein verdammt doch ist ordentlich ist auf jeden Fall besser als durch den ersten tag einfach nur statisch fünf von alles bekommst und das war es Weil du hier zumindest auch noch mal die Chance hast auf mehr, wenn du dich gut anstellst. Und ich mag das. Okay, wenn jetzt alle an mir saugen, ist es so langweil, ich habe ja keine andere Attacke. Aber zumindest geht dir nicht so lange wie im ersten Teil. Das ist so 0,5% schneller, äh, mal, mal, prozent schneller. Okay, sieht nicht so gut aus, ähm, ich sollte, glaube ich, mal meine Feuerblume einsetzen. Damit sie alle abfackeln. Auch interessant zu sehen, Mario pflanzt sie nicht mehr auf dem Boden. Sie spawnt einfach so. Macht nix. Aber wisst ihr, was das macht? Mein Level Up, wo wir direkt mal Leben erhöhen und die Goombas alle glücklich machen. Schaut sie euch an, die ganzen Goombas da unten. Yay. Sind wahrscheinlich alles Sims von Goombriela. Passt. Soll mich nicht stören. Okay, damit wären wir hier fertig mit der Höhle, direkt nach der nächste Feuerblume. Und wir können zurückgehen zur Town. Ich würde sagen, da werden wir uns dann auch in der nächsten Folge wiedersehen, insofern denn kein neuer Kampf hier passiert. Aber, ich denke mal nicht. So, vielleicht kommt noch irgendwas auf den Weg. Ein Goldener? Fritzl! Mein Enderling! Kommt ganz unverständlich in unser Revier! Das muss hart bestraft werden! Fritzl! Fritzl! Bist du für'n Pikachu-Vie? Hilfe! Ist doch kein Shiny! Ist ein Boss! Ähm, Gombrina? Kannst du mir helfen? Was man sieht hier? Äh, mein? Die kleine Schreibe am Anfang. Plopp! Das ist ein Goldfussi! Fussis mit goldfarbenen Borsen sind sehr selten! Das ist schon unglaublich, was für Monster man hier begegnen kann! 10 Kp. Ein angefrierte Verteidigung! Goldfussis saugen sich nicht fest und absolvieren auch nicht seine Kp. Mit ihrer Farbe dürfen sie jedenfalls überall auffallen, wo sie auftauchen. Warte, heißt das, der ist jetzt sofort tot? Äh, nicht sofort tot. Heißt das, der haut jetzt sofort ab? Das wäre ja schrecklich! Ich will die XP haben! Oder das Gold? Oder was auch immer du droppst? Müssen wir blocken, oder? Wegen Hütterund? Fritzi! Der ist ja stark, Fritzi! Aber der Klang fängt gerade an! Fritzi! Auf ihn! Fritzi! Willst du aufhören damit? Äh, w-w-w-w-wo soll er? Oh! Ein bisschen viele, oder? Ah! 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 Ich sperme! Ah! 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 Okay! 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 Ah! Nein! Ich kann ihre Leben leider nicht erhöhen! Nur zur Info! Kann ich irgendwas scannen? Ja! Die Fuzzy-Horde muss ich scannen! Okay! Interessant wusste ich gar nicht! Kann man die auch reingreifen? Blopp! Das war eine Fuzzy-Horde! Also eine Menge Fuzzis in einer Horde! Was für ein Bild! 20 KP! Ein Angriff, keine Verteidigung! Vier Fuzzis greifen nacheinander an! Acht auf das Teil bei der Verteidigung! Vielleicht ist es aber klüge als erst den Kerl zu erlegen, der die Fuzzy-Horde leitet! Verstehe! Bingo! Na! Ich kann das nicht! Ich kann das einfach nicht, Mann! Ich habe es verstanden! Es geht nicht! Aber ich kann doch bestimmt... Hä? Hey! Was soll das? Ach, aber da wollte ich mir ein Item geben! Warum wurde mir das denn so angezeigt? Das würde ich mich jetzt angreifen wollen! Spiel! Was soll die? Oh, Mann! Ja, das Teil war jetzt ein bisschen schwieriger! Oh, damn! Ich hoffe, die lange Folge, aber... Ich habe das jetzt nicht erwartet, dass hier noch so ein... Kampf kommt! Aber ich finde das cool, dass es nicht so Bosskämpfe immer gibt, sondern auch ab und zu mal so... Neben... Bosskämpfe! So ein Zwischenboss, mehr oder weniger! Das gefällt mir! I like it! So! Der Typ gefällt mir aber gar nicht! Deshalb muss er verschwinden! Also weg mit dir! Plopp! Ja! Wie habe ich den Stunt gemacht? Du machst ihn automatisch auf den letzten Hit! Oh, yeah! Hör ich auf, already! Frei, Füße! Nein, Füße! Ja, verschwindet lieber! Ja, haut ab! Vor allem du! Vor allem du! Vor allem du! Ja, rennt nur weg! Rennt nur weg von dem großen Mario! Ja, dachte ich mir schon! Und ihr rennt wieder zurück in der nächsten Folge! Verstanden? Ich hoffe es doch! Ich hoffe es doch! Ich hoffe es doch! Hm? Ja! 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 Ja!